Der Preis wurde ja gemeinsam mit der MET der Volksbank ausgelobt. Den Unternehmerpreis des Jahres im Landkreis gibt es in diesem Jahr gleich in dreifacher Ausführung. Wolfgang Osterrode, Evelin Duarte Martinez und Wolfgang Tonig leiten seit Jahren erfolgreich die Geschäfte der Fahrzeugelektrik Perna. Für ihre Verdienste wurden sie jetzt geehrt. Besonders wichtig erschien bei der Preisverleihung ist wohl der Umstand, dass das Unternehmen seit 1992, seit der Privatisierung, sich enorm hineingekniet hat in die Ausbildung von Jugendlichen. Auch zu Zeiten, als man vielleicht weniger Arbeitnehmer brauchte. FEP hat immer ausgebildet und das dürfte sicherlich auch ein wichtiger Grund gewesen sein. Die Auszeichnung Unternehmer des Jahres findet bereits das achte Mal statt. Gestiftet wird der Preis von der Volksbank Kammer. Die Volksbank fühlt sich dem verpflichtet, da die Klienten, das Klientel der MET, Kunden oder potenzielle Kunden der Volksbank sind. Und so denken wir, dass das eine ganz gute Symbiose ist, dass die Volksbank das unterstützt und dass wir diesen Preis mit der Volksbank ausloben können. Die Fahrzeugelektrik Perna gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu den größten Arbeitgebern im Landkreis. Von Perna aus liefert das Unternehmen Kunststoffteile für die Fahrzeugindustrie und das weltweit. Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Stau und gucken links und rechts und vor und zurück, dann sehen Sie Autos. Und ich möchte nicht überheblich wirken, aber in 90 Prozent dieser Autos, die Sie sehen, sind Teile von FEP, sind Teile aus dieser Stadt Perna, die Leute von hier produziert haben. Der größte Auftraggeber ist Volkswagen, aber ansonsten liefern wir auch sehr gern und wir tun das an BMW, Fiat, Chrysler, Opel, japanische Unternehmen. Wir sind also weltweit in 70 Ländern unterwegs. Die Unternehmer des Jahres 2014 wurden durch eine Jury bestimmt. Zehn Vorschläge standen zur Wahl. Anhand konkreter Kriterien erfolgte die Nominierung. Der Unternehmer muss nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein, sondern er muss sich auch mit der Region verbunden fühlen. Er muss letztlich das, was er in der Region verdient, auch ein Stück weit der Region zurückgeben. Und das ist, glaube ich, die Symbiose, die unsere Region erfolgreich macht. Und genau solche Unternehmen, die dazu beitragen, unsere Region schöner zu machen, die ehren wir in diesem Rahmen. Die Preisverleihung Unternehmer des Jahres erfolgte beim Sommerfest der CDU-Mittelstandsvereinigung. 200 Gäste kamen ins Autohaus Perna. Schon traditionell treffen sich zum Sommerfest der CDU Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Die MIT tut natürlich die Mittelständler vertreten. Das fängt vom Kleinsten an, vom kleinen Unternehmer, wie ich es schon in meiner Rede erwähnt habe, vom Existenzgründer bis zu dem großen Unternehmen, wie wir es heute geehrt haben, die Fahrzeugelektrik Perna. Und zu denen halten wir natürlich einen sehr regen Kontakt. Und ich denke, nie nur an Regen, sondern auch an freundschaftlichen Kontakt. Beim MIT-Sommerfest wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Eine Oldtimer-Parade und eine Modenschau sorgten für einen kurzweiligen Abend. Im Mittelpunkt aber standen die Preisträger, die Unternehmer des Jahres 2014.